Ja, das sind wir noch mal. Vielleicht doch hinlegen. Was ist das? 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 Vielen Dank. Was ist das hier für ein Stromkabel? Vom Smartphone. Was ist das hier für ein Stromkabel? Was ist das 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 für ein Stromkabel? So? 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 Und dann holen wir uns das alte Netzwerk aus. Netzteil, wenn das so geht, ich weiß, wir haben es falsch rum, glaube ich, kann es sein, weil die Kabel sind ja alle hinten. Okay. Wir haben es falsch rum. Okay. Dann arretiere ich das mal wieder. An zwei Seiten, wie die Franzosen sagen. Das ist doch. Das Smartphone wird ultra heiß. Wirklich richtig heiß. So. Okay. Und so rumdrehen. So. 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 Wie geht die Klappe auf? Oh, ein Trick. Ein Schalter, links. Nix. Nix. Da muss doch irgendwas sein. Tch, 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 tch... Tch. 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 Ich krieg's nicht auf. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Doch, muss. Aber wie? Unglaublich. Es wird doof. Für doof. Da oben in der Ecke. So ein kleiner Schalter. Kann man nicht sehen. Da muss man drauf drücken und dann kann man hinten die Klappe wegnehmen. So ein kleiner Schalter. 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 So sieht es bisher aus hier. So sieht es bisher aus hier. Und hier. So. 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 Also erstmal das hier raus. All die Kabel, die da jetzt noch drin sind. Fuck. Die muss ich ja jetzt alle abmachen. Die muss ich ja jetzt alle abmachen. Die muss ich ja jetzt alle abmachen. Und nachher weiß ich dann nicht mehr, wo sie überall drankommen. Hier sind die Kabel alle fest dran. Die kommen da alle raus und sind einfach fest dran. Und gehen dann zu den jeweiligen Anschlüssen. Das heißt, ich muss es wieder kippen. Okay. 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 Und vielleicht sollte ich die Kabel nicht alle mal abmachen. Okay. 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 Ahhhh Okay sie glaubt neubauen ist einfacher als umbauen will ich den nicht erst mal entstauben all diese kleinen dinger da jetzt will ich erst mal gucken ob ich all diese kabel überhaupt habe also PSU und das PCIe habe ich irgendwo PCIe was going to the sign PCIe also wir sind auf jeden Fall anlauter und dann ich hole die 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 Vielen Dank. Also hier habe ich zum Beispiel so ein fettes Teil, das könnte zum Motherboard gehen, oder? Ja. Leider können wir von dem alten gar nicht ausgehen, weil der ist halt nicht mehr da dann. So ein bisschen. So ein bisschen. Ich bin froh. Ich bin froh. Satel 1 und 2. Dass es immer dunkler wird, hilft mir natürlich auch nicht. Nämlich. Nämlich. KAUS 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 Schade, ich mochte diese Kabel. Ok, mach mal die mal ab. KAUS 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 Vielen Dank. Soll ich da kleine Schildchen dran machen? Ihr habt ja Zeit, oder? Dann nehmen wir viereckige Blätter. Dieser Wand. Ein Kugelschreiber. Oder einen anderen ohne Werbung. Nehmen wir einen ohne Werbung. Und sagen... Zum Beispiel GPU. GPU. Schneiden das aus. Das war... Das Kabel. So, jetzt habe ich hier ein Kabel. Das war da mal drin. Also, das war da und da. GPU. Alles klar. Ich bin noch eine Weile hier. Falls übrigens der Streamer ausgeht. Dann ist vielleicht das Smartphone zu heiß geworden oder so. Und dann geht es eine Minute später oder so. Wieder weiter. Und die Mine habe ich nicht gesehen. Also... ... 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